Kristall-Sperrfeuer Einige Entfernung und zack ist er weg So, jetzt machen wir das mal ein bisschen geheimnisvoller Nachts kommt der Tod Wo hätten wir noch jemanden? Ne, da ist auch keiner Mal hier so ein bisschen rumschleichen Anvisieren Die ist schon viel besser, Gott Ja, und nun die Frage Wo bekommt man den Zauber her? Das zeige ich gleich Ja, ich befinde mich jetzt hier In Raya Lucaria Großen Bibliothek Ja, und hier ist natürlich auch Selen Und die hat dann diese Zauberei Zauberei studieren Und da wäre es dann hier Na, für 1500 Runen Ich gehe schon mal durch Na, was man hier noch so alles kriegen kann Alles klar Gut Dann sage ich Herzlichen Dank труbari Herzlichen Dank Thief Ich gebe was Was ich